recht herzlich willkommen zur 56 folge von stelares ja hier sehen wir haben noch immer das problem mit dem essen wir haben auch eine negative bilanz und wir haben unruhen und inaktive gebäude haben wir auch was das gebäude inaktiv schlimm aber das brauche gut hier könnte man was entfernen glaube das machen wir auch das macht sinn da können wir auch noch weitere schauen ob wir da noch woanders das auch machen können vielleicht gibt es da noch irgendwelche netten planeten oder mal erst mal hier und da waren wir ja gerade okay hier gibt es keine anführer verfügbar 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 das ist doch schon mal schön und gehaltene entwicklung kommen wir machen das einfach so denn dahin vielleicht ist das dann ja auch mal ein bisschen besser hier oder so essen ist immer noch schlecht 211 300 300 und hier sieht es schlecht aus weil da ist nur der planet okay das ist dann auch noch unsere basis die vier und herr die vier fragen lass es erst so laufen ist alles okay gut der war weg so gucken wir mal wo unser konstruktion zwischendurch weit das ist das licht hierhin okay jetzt gar nicht ein sinn dass wir das gemacht haben aber wenn das so ist aufstehende kriegsforderung das hat mir doch alles schon gemacht oder fix eintritt vom bindest machen okay das ist also nicht so wichtig glaube ich jetzt dass wir vom planet essen gibt es da gar nicht das ist schon mal nicht unser planet oder nicht wichtig für uns erstmal ja da sind wir kläglich gescheitert hier gibt es noch einen schicken planeten da gibt es noch essen haben wir den kolonieschiff näher können wir auch nicht kolonisieren geht gar nicht das hier oben irgendwas interessantes nein kommen wir gerade hier rein das ist aber jetzt doof so jetzt habe ich das was ich wollte und da die oberfläche bitte einmal hier können wir nix entfernen hier können wir aber was updaten das sollten wir auf jeden fall tun warum steht hier eine rote 2 keine ahnung ist jetzt nicht so spielentscheidend erstmal oder vielleicht ist es spielentscheidend aber wir kriegen es nicht mit dann gehen wir da hin hier gibt es keine lebensmittel bringt uns also nicht weiter da waren wir schon shady ok da können wir was machen die verbessern war damit wir an essen kommen erstmal ja das können wir auch verbessern ich glaube das haben wir jetzt alles gemacht gelbe felder gibt es nicht dann gehen wir hier hin hier gibt es nichts zu verbessern leider kann auch nichts weg machen polonis dann gehen wir nach bahnus bonus bonus und bei den flotten in der nähe ok dass es militär macht ach so das ist weil da die station ist der station deswegen kann man da wahrscheinlich nichts machen aber deswegen wird sie angezeigt weil da die militärstation ist kein planet hier ist ein planet da können wir das entfernen was sinn macht und das können wir auch entfernen aber reicht jetzt das geld wahrscheinlich nicht mehr für oder so oder weil das eine bauvorhaben schon da ist kommt verbessern wir das auch kommt verbessern wir das auch ober system lecker ja richtig ok das verbessern war und was wollten die jetzt hobbit strike fleet sehr interessant da ok kann ich jetzt auch nicht ändern rock system da unten ist ein planet und hier kann man viel freimachen macht jetzt aber nicht wirklich was vielleicht der da geht aber nicht wahrscheinlich fehlen wahrscheinlich die kosten können wir da nicht decken ne was war das keine ahnung zeit 200 ja ok lassen wir erst ist jetzt auch nicht so spielentscheidend hat man das nicht schon mal gesagt ich glaube ja ne spielentscheidend war das doch ok ne das ist verkehrt hofflächer da geht was der würde auch noch was bringen das war einigkeit verbessern wir die einigkeit auch noch gut das war eine bergbaustation ja oder keine bewohnbarkeit ok genug so die können wir beide verbessern machen wir dann auch das geht das geht das geht das geht die gehen nicht das machen wir auch und das auch den auch und dann haben wir schon andere oder die mispräume erledigt dann noch ein hier geht nix so dann sind wir damit erst durch und hier das muss man irgendwie wieder erobern ist mit uns im krieg ja ist klar verbündete flotten astro oder haben wir denn jetzt hier schon ein dingens gebaut ja wo wollten wir doch bergbaustation bergbaustation militärmacht konzektionsschiff ist das ich weiß jetzt gar nicht wo war 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 jetzt nicht hier oben hm 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 gute frage wo wir jetzt unsere ob wir irgendwo überhaupt eine werft haben ist die frage ne das designer ne da bringt uns das nicht weiter ja warte mal hier können wir erstmal reingucken so wie weit das dauert noch hier war nix ne komm das erforschen wir mal ach so das geht dann da auf alles klar ja da ist jetzt nix irgendwie ne das hat man glaube ich schon mal klargestellt die Bergbau drohen analyse ist irgendwie auch nicht am laufen weiß ich dann nicht weiter da ja kontakte situations protokoll ach das hatten wir ja schon so ich habe mal 41 mittlerweile ok sehr interessant da geht es ja dann richtig plus jetzt ist nur das problem dass wir noch was zu essen brauchen ne vorschau schiff was könnt ihr denn mal forschen irgendwie wollte ich das system erforschen geht grad nicht ne haben wir schon erforscht deswegen geht das nicht alles klar sieht man ja ne da war nur nix drunter ja system erkunden machen wir das doch mal gucken ob wir da durchkommen weiß ich aber nicht hier war schon immer eine pause ne gut jetzt fehlt uns noch der raumhafen die mitrechtsprime konstruktionsschiff da ist der raumhafen und da müssten wir eine flotte aufbauen ne zerstörer können wir nicht bauen erfordert einen raumhafen der stufe 3 gut und dann geht es da erst nicht weiter ok die corvette wird gebaut und der solarkollektor dann so ja dann kriegen wir gleich da einen dazu da ist unsere flotte dann strike force und das wird gebaut dann dauern natürlich länger der formen komplex demontiert ok ne das wollte ich gar nicht gut kann konstruktionsschiff die corvette und sie und schiff forschungsschiff raumhafen verbesserung kolonieschiff brauchen wir auch noch gut dann haben wir da schon eine ordentliche warteschleife warte mal her war schon weg leider zu spät grenzen geöffnet gut dann auch egal passt schon ne ja dann würde ich sagen soll es für die folge aber auch erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss